Was macht für mich eine perfekte Hochzeit aus? Puh, das ist schwierig zu sagen, weil das hängt immer ganz vom Paar ab. Ich finde, eine perfekte Hochzeit ist es dann, wenn es zum Paar passt und wenn es eine runde Sache ist. Wenn man mich jetzt aber fragt, wie meine perfekte Hochzeit ausschauen würde, dann würde ich spontan sagen, ich könnte mir sehr gut eine Berghochzeit vorstellen. Ganz ruhig, abgelegen, nur mit den engsten und liebsten Familienmitgliedern, vielleicht ein, zwei Freunde dabei, freie Trauung vielleicht, ein schöner Blick vom Berg natürlich. Auf jeden Fall kein großes Programm, viel gemeinsame Zeit und einfach einen tollen Tag mit hoffentlich ganz, ganz vielen tollen Erinnerungen. Das wäre für mich eine perfekte Hochzeit, aber das ist Geschmackssache. Deswegen gibt es für jeden seine perfekte Hochzeit, glaube ich. Warum buchen mich meine Paare? Also das Feedback, was ich von meinen Paaren erhalte, ist, dass wenn sie meine Bilder anschauen, haben sie das Gefühl, sie sind wieder mittendrin und erleben den Moment wieder. Das sind sehr natürliche und authentische Bilder und vor allem sind es Momentaufnahmen. Es sind keine gestellten Bilder und es ist meinen Paaren einfach super wichtig. Außerdem habe ich natürlich einen eigenen Bildstil. Ich bearbeite meine Bilder sehr natürlich und warm und das gefällt meinen Kunden einfach. Persönlich bin ich eine super lebendige und natürliche Person und ich glaube, das mögen die.